Guten Morgen! Das wird ein richtig guter Tag in meinem Freizeitpark. Noch ein Schluck Kaffee. Ups, ich hab schon wieder eine Tasse zerbrochen. Ich brauch einen Assistenten. Geschenke! Ja, Geschenke! Okay, hier sind eure Geschenke. Ein Auto für Anthony. Ein Häschen für Nancy. Und ein Oktopus für Chad. Ich will kein Spielzeug. Spielzeug ist was für Babys. Ich will Geld. Schon gut? Na schön. Hier, ja, Geld! Sie werden so schnell erwachsen. Zehn Jahre später. Chad hat die ganze Zeit gespart. Aber seine Geschwister mögen die Geschenke nicht mehr. Nee. Nee. Was machst du da? Lass das! Niemand in dieser Reihe verdient es, mein Assistent zu sein. Wow! Stark! Komm schon! Ja, sehr gut! Äh, Entschuldigung? Das war unglaublich! Du wärst eine tolle Assistentin! Halt dir mal! Ich muss arbeiten! Warum sind diese Nüsse so schwer zu knacken? Gib her! Bin gleich wieder da! Ich leg die Nüsse hier hin. Pass auf! Höher! Höher! Noch höher! Jetzt kannst du sie essen! Guten Appetit! Danke! Zwei Shakes bitte! Danke! Hier, Mary! Das nennst du ein Shake? Der ist ja total flüssig! Ich will einen anderen! Ich muss alles selbst machen! Dann mach es doch! Wo geht ihr denn hin? Perfekt! Das müsste reichen! Brenda wird mir helfen! Los geht's! Schütter diesen Milchshake! Puh, ich hoffe, es hat funktioniert! Hm, was macht der da? So macht man einen Milchshake! An die Arbeit! Okay, fertig! Hier! Der ist so pingelig! Wow! Das nenn ich mal einen Shake! Cheers! Das Riesenrad ist mein Lieblingsfahrgeschäft! Vergiss es! Ich hab Höhenangst! Oben ist es so romantisch! Ich würd gerne mitfahren! Später! Mary! Ich werde beweisen, dass es sicher ist! Siehst du? Was? Wurde der Strom abgestellt? Warum ist das Riesenrad stehen geblieben? Ich bezahl dich! Lass mich runter! Hilfe! Was sollen wir tun? Ich weiß! Noch ein Smartphone! Und noch eins! Das sollte reichen, um es wieder zum Laufen zu bringen! Es hat geklappt! Ja! Es funktioniert! Puh! Das war unheimlich! Aber ich hatte keine Angst! Nein, ich hatte schreckliche Angst! Auf dieser Fahrt werde ich sie bestimmt küssen! Tja, wer es glaubt! Die Realität entspricht nie den Erwartungen! Mary hat Höhenangst und Chad hat schreckliche Angst! Nur Brenda ist ziemlich gelassen! Oh, ich will dieses Stofftier! Oh, bitte, bitte, bitte! Hier ist deine Waffe! Und dein Ziel! Los geht's! Nein, andere Seite! Ich weiß! Du kannst gehen! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Nicht übel! Es geht weiter! Ja! Und jetzt... Sehe ich nicht hin! Volltreffer! Ich verfehle nie! Ich bin ein Profi! Wow, Chad! Du bist so cool! Danke! Und hier ist dein Preis! Du wolltest doch Minimaus, oder? Und das ist meine Trophäe! Wow! Kann ich das versuchen? Okay! Ich hab's fast geschafft! Nur noch ein bisschen! Mist! Reg dich nicht auf! Diesmal schaffst du es! Ja! Ein Einhorn! Juhu! Nochmal! Na schön! Es funktioniert nicht! Bezahl erst! Hier, du Fiesling! Ja! Ja! Ein neues Puppet! Karussells sind so romantisch! Der perfekte Ort für den ersten Kuss! Ups! Verfehlt! Du versuchst mich zu schlagen, Zebra! Du legst dich mit dem Falschen an! Hier, friss auf! Warum will es das Heu nicht fressen? Los, komm! Ich hab eine Idee! Brenda! Ich brauch deine Hilfe! Ersetzt das Pferd! Du bist das Pferd! Was? Okay, Chef! Wie du meinst! Wir sind gleich da! Tada! Pferdchen! Ist auf! Es frisst wirklich! Das ist so niedlich! Es funktioniert nicht! Oh, meine Bestellung! Hot Dogs? Aber ich wollte Pizza! Gut, dann mach ich mir eben meine eigene Pizza! Ich werd sie einfach ausrollen! Oh, ja! Hm! Hm, lecker! Ich bereite mich auf die Operation Kaffeebestellung vor! Over! Verstanden! Ich rufe einen Kellner! Oh, er hat genießt! Mary hat aus Versehen ein Spielzeug-Walki-Talki mit Brandas echtem Walki-Talki verwechselt! Komm her! Es kann losgehen! Keine Bewegung! Lass deine Waffe fallen! Wir haben keine Waffen! Leute! Was ist hier los? Was ist hier los? Ups! Ich glaub, da ist irgendwas schiefgelaufen! Die Mission wird abgebrochen! Verstanden! Los, komm! Was war das, Brenda? Was war was? Ich brauch eine Tasse mit diesem Bild drauf! Was ist mit dem Geld? Danke! Aber das reicht nicht! Was? Gut! Hier! Oh! Das reicht aber immer noch nicht! Aber mir gehört der ganze Vergnügungspark! Ups! Sorry! Okay! Wie du willst! Mary! Das ist für dich! Ein Bild von mir! Danke! Was ist mit dem Geld? Wenigstens hab ich noch diese Tasse! Hi! Ich will diese Tasse kaufen! Gefällt sie dir? Wer ist das? Du Betrüger! Ich kenn sie doch gar nicht! Ich warte! Ups! Hi! Hi! Hey! Was ist mit mir? Was? Welcher der Zwillinge ist Mary? Wie fandet ihr unser neues Video? Verratet uns, ob ihr gerne einen Freizeitpark besitzen möchtet! Vergesst nicht uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da! Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst! Wir freuen uns! Das ist mit einer Handelbeizungen! Ich... Will...